So, Halli, Hallo, Hallöchen und Willkommen zurück zu Hunker-istar-Reihe. Dieses Mal habe ich eines unserer Teammitglieder gewechselt zur Göttin der Weitsicht. Damit sie auch mal aktiv war im Team. Und dann habe ich bei der kurzen Pause mal eben herausgefunden, ähm, das hier, täglich begrenzt freischalten. Man könnte es einfach so, ähm, attackieren. Ich dachte, ich muss erstmal hier, ähm, die Region dafür freischalten. Weil, ähm, ich war da noch gar nicht. Aber ich sehe gerade, ich kann da auch ganz normal hingehen. Und das mal so eben freischalten. Weil, ich habe gedacht, dass die, ähm, äh, dass die Materialien, die ich dafür brauche, dass die, ähm, bei der Neuen Welt sind. Ach, da war ja noch raus. Deswegen könnte ich sie so eben mal kurz auf, äh, Stufe, äh, 60 Hochstufe, oder? Stufe 70 mache ich dann aber gleich. Also jetzt nicht jetzt, sondern, ähm, wenn ich die Aufnahme dann vorbei habe. So, dann wäre das dann schon erledigt, wa? Dann brauche ich ja gar nicht auf Krampf die, ähm, Story Quest fortsetzen, weil da kann ich ja meine Madame in Ruhe weiterlernen. so wie ich es eigentlich vorhatte, weil ich nehme hier gerade nur auf, weil ich auf Krampf das Ding eigentlich freischalten wollte, um sie zu leveln. Aber, wie man sieht, war es in dem Fall unmöglich. Aber, ich habe es jetzt trotzdem, aber, ich lasse mal kurz kommen, ich brauche dieses vierteilige Set, wie gibt es das? auch dort, okay. Okay. Weil dann würde ich, ähm, weil ich habe gehört, dass, ähm, dieses vierteilige Set für unsere, äh, Göttin hier, sehr gut sein soll. und, äh, Gesundheit. Äh, 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 Windschaden um 10% erhöht, klingt eigentlich auch ganz nice. Aber ultimate des Trägers ist ein bisschen, ne? Jo. Mal gucken. Aber in dem Fall lasse ich den Windschaden aus und mache dieses vierteilige Set wie, äh, empfohlen, sage ich jetzt mal. Stimmt, was mir gerade einfällt, ist es auch beim Probelauf so? Wo haben wir denn den Probelauf bei ihr? Hier. Ich müsste mal noch den anderen Probelauf durchstarten. Fällt mir gerade noch so ein. Weil die hat ja so eine Besonderheit von dort. Ah, guck hier. Das ist ihr Standard-Ding. Und das in der Mitte, das mache ich nicht so wie angegeben. Diese Effekt-Trefferate, da mache ich dann ein Schritt draus. Oh, mal gucken. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt wieder schön zurück teleportieren und endlich mal die Storyfest fortsetzen. Oh, da ist der Himiko. Den habe ich gar nicht gesehen. So, dann gehen wir jetzt, äh, zum, zum Zimmer. Unterhalte dich mit der Besatzung, oder? Dann gehe ich nur schnell zu Himiko. Na, 7 wird bestimmt oben auf uns warten. Wie war das? Ich habe noch nichts zu tun. Ich habe noch nichts zu tun. Ich habe noch etwas zu tun. Das ist ein Symbol der Träume. Wer weiß, vielleicht ist es ja diese eine Frau, die wir im Traum begegnet sind. Dass das der Uhrmacher ist, beziehungsweise der Uhrmacherin. Das sind diese Türen. In dem Fall ist es da mehr Platz. Das haben wir auch im Traum gesehen. Sekunde der Absgleich. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Das hört sich schrecklich an. Hör auf damit. Nein, ähm. Da ist wirklich eine blühende Fantasie. Blutroten Fluss sehen. Naja, wer weiß. Äh, fürs Erste. Mit Sicherheit. Wenn du was brauchst, ich kann gerne mit dir auch baden gehen. Hahaha. Okay, unser Zimmer steht schon. Offen. Ich find's interessant, dass hier eine dunkelhäutige ist. Um jetzt nicht rassistisch zu klingen, aber ich find's halt interessant. Was? Was? Ich hab'n Fernseher im Zimmer. Ich hab'n Fernseher im Zimmer. Ich hab'n Fernseher im Zimmer. Ich bin heute schon mal. Ich hab'n Siehten, wie du dein Zimmer ist. Aber ich hatte mich über den Karten, was ich für das Karten. Ich hab'n mich, die Aufmerksamkeit. Das war die Aufmerksamkeit. Das war die Aufmerksamkeit. Das war die Aufmerksamkeit. Das war die Aufmerksamkeit. Ich habe mich sehr hart für diesen tollen Ort. Aber ich habe mir das dir gefordert. Ist es wichtig, mein Freund. Wie ist das? Oh... 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 Ich habe es entschieden, Sie haben es wirklich gedacht, dass die Familie nur nur für Sie gefordert hat. Wie ist das? Was ist das? Okay. Oh, aber möchtest du reden? What about talk about it? Weil du es richtig ausgesprochen hast. Wenn du es einfach ausgesprochen hast. Du kannst dich nicht wissen, aber Pinocco ist nicht einfach so einfach. Mein Ziel ist es einfach einfach. Du kannst dich wieder zurückkehren. Wenn du dir helfen kannst, dann kannst du es einfach zurückkehren. Du kannst dich nicht mehr als andere. Das ist so, glaube ich, der Labort putzt sich mal in der Masse, okay, schau mal dafür. Äh, ich weiß nicht, wovon du sprichst, ich frage dich, solltest du jetzt besser gehen, ich gehe mal auf das mittlere, ich stelle mich mal dumm. Mach das, mach das. Tja, kommt drauf an. Äh, ich werde mal das Roboter nachdenken, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist gut. Bye. Ah, ja, ich werde mal raus, um zu gehen, um zu gehen. Was? Das ist ein einfaches Spiel für alle, um zu wissen, um zu wissen, um zu wissen, um zu gehen, um zu gehen, um zu gehen, um zu gehen, um zu gehen. Ich kann ja nicht mal antworten. Okay, wir haben keine Legal Erdung, um zu gehen, um zu gehen, um zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 so dass sie bei mir im zimmer bleibt dann gewiss ich es gerne das ist eigentlich mein zimmer Warum ist die Schrift eigentlich rot? Hä? Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. Aber du kannst auch hier bleiben, wenn du willst. Aber du kannst mich noch einmal fragen. Es ist ein bisschen奇妙. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zufrieden. Aber du kannst dich wissen, dass du dich bei uns gesehen hast. Vielleicht ist ein Traum? Es ist ein traurig. Aber du kannst mich nicht vergessen. Du kannst mich nicht vergessen. Ich habe mich überrascht. Deswegen habe ich mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Kein Problem. Das ist dein Name. Ich bin so glücklich. Ja, schön dich auch kennenzulernen. Stimmt, da war ja was. Ich habe mich überrascht. Okay. Tustend, Tustend. Ich habe mich überrascht. Ich werde mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich werde dich verrunden. Okay, tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, dass ich mich immer noch ein bisschen wunderschön fühle. Aber es ist gut. Es gab viele Dinge, aber ich werde bald wieder schlafen. Oh, ich weiß nicht, aber ich kann euch erzählen, was ich an den Lobby zu gehen? Kannst du dir diese Art und Weise erzählen? Es ist wirklich gut, dass du die Art und Weise sehr ähnlich bist. Ich habe es geschafft. Ich werde mit dem Passport-Dream-Poodle ausprobieren. einbringen. Dann will ich den aber weg haben. Du bist ein bisschen kleiner. Dicht drehen wir ein bisschen so rum. ZuEdge Dieses Bild Guck 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, glaube ich mal. Okay. Cool. Okay. 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 Okay.